Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passivrauchen. Ist erlaubt. Brauchen Sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Die Gastronomie sagt, der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Klarer Fahrversetzwertattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden. Das ist erlaubt. 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 Und wir sind zurück heute auf den Tag sehr schön. Und heute ist erlaubt. Wir werden die Vokapispus. Okay? Video wurde mit Über Angst. Über Angst. Über Angst. 6,000 Deutsche sterben und Gripper. Jedes Jansight. 20 Jan. 1987. 2007. Volkapispus. Also Über Angst. Über Angst. Über 4,000. 6,000 Deutsche Menschen sterben. Von Fluten. Also wenn ich zu viel gesagt habe. Wir werden auf dieses Video hochkommen. Lass uns die tiefen, brutalen Wahrheiten von Volkapispus. Derjenige und derjenige. Okay? Erstens. Okay, ich habe schon abonniert. Ich werde einfach ein Like machen. Also ja, Herr Maxissimo. Gut gemacht für dieses Video. Lass uns das anfangen. Lass uns das. Lass uns. Aufgrund von Vermutungen, die die Geheimdienste aufgestellt haben, um zu rechtfertigen, dass sie weiter Geld kriegen. Schön. Wo bin ich hier? Krieg ist wieder ein Mittel der Politik. Was ist das für eine Frau? Ist das eine Frau? Ist das eine Physikerin? Oder ist das ein Knallgas-Experiment auf zwei Beinen? Wie ist das? Es muss ja was passieren. Wir alle sind bedroht durch den islamistischen Terrorismus. Das ist die große Bedrohung im 21. Jahrhundert. Der islamistische Terrorismus bedroht die ganze Welt. Und diese Bedrohung bleibt uns erhalten. Das ist das Schöne an der Sache. Das passiert den Amerikanern nicht nochmal, dass ein Feind sich einfach auflöst. Hm. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufstehen auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Weiss, 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 weiss. Hier geht es um die Raucher, die finanzieren das. Alleine die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufstehen auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Raum. Hm. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja. Warte, ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Warte, 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 warte. Ist das zu sagen, dass sie eine Taxe von Tobacco haben? Und diese Taxe, das sie in der Kampf gegen Terror. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja. Raucher sind doch Selbstmordattentäter, oder? Steht da auf der Packung drauf, holen sie doch die Packung mal raus. Ist netter formuliert, aber steht drauf, sie schädigen sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Auf andere Packungen drauf, rauchen kann tödlich sein. Hm. Ist doch für mich die klare Definition eines Selbstmordattentats. Hm. Ha, 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 ha. Ich verstehe es. Wir töten uns selbst. Aber dann gehen wir da und sagen, wir kämpfen Terror. Im Gegensatz, wir haben uns selbst terrorisiert. Ja. Wir setzen uns selbst da. Ja, wir setzen Wasser auf der Packung. Aber wir setzen es in einem schönen Weg. Aber dann, die PPC geht es und dann... Ist aber erlaubt, oder? Weil es auf der Packung steht. Da werden Grenzwerte festgelegt und dann dürfen sie. Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passiv rauchen. Ist erlaubt. Brauchen sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Die Gastronomie sagt, der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Hm. Jo. 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 Okay, das war tief. Das war tief. Das war tief. Klarer Fahrversetzwertattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden... Ah, ha, 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 ha. Jo, du bist zu Hause. Sprengen gefährdet die Gesundheit ihrer Mitmenschen, sage ich. Wahrscheinlich würde die EU Grenzwerte festlegen, oder? Der Gaststättenverband würde sagen, wir brauchen keine Trennwände, wir machen das mit intelligenter Splittersteuerung. Und der Rüttgers würde sagen, okay, in Eckkneipen ist es erlaubt. Yo. Die Frage ist, wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, Verbrechen zu verharmlosen. Das sind Mörder. Das ist alles klar. Das geht nicht um Verharmlosen. Er versucht, einen Punkt zu verharmeln. Für Menschen, die etwas nicht verharmlosen, denken sie, das ist nicht um Verharmlosen. Ein Verharml ist immer ein Verharmlosen. Das ist eine Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Das sind Mörder, miese gemeine Mörder. Aber auch nicht mehr. Verherrlichen sie die nicht zu Terroristen. Terror ist es, weil wir Angst davor haben. Der Terror ist in Ihrem Kopf. Es sind Mörder, so wie viele Mörder auf der Welt rumlaufen. Hm. Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Früher waren das mal 20.000 tot im Straßenverkehr, jedes Jahr. Da hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Ja, von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ernsthaft erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr, jedes Jahr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida? Ernsthaft? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? Lkw-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Oh, yes, 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 yes. There are sleepers on the road. They are very dangerous. I've seen a case of that happen. I've seen one case of that happen. Terror is in the mind, okay? Yes, there are things that it manifests, but it's more of in their mind, things that you're scared of. Yes, you're not scared exactly of driving, because you don't really envision a terror, but there's still terror in driving. There's terror in many things. Wait, wait, take it back. And it would be relatively easy to remove them. It is Al-Qaida, not Al-Qaida, what? Wovor haben Sie Angst vor Al-Qaida? Es heißt übrigens Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele benutzen das immer noch falsch. Es ist wirklich sehr komisch, wenn Sie Al-Qaida sagen. Al-Qaida heißt nämlich so viel wie die Gemahlin, die Gefährtin. Hat mir jemand erklärt, das ist jetzt kein Scherz. Al-Qaida ist die Gemahlin, die Gefährtin, Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie, das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinausläuft. Wovor haben Sie Angst? 6.000 Deutsche sterben an Grippe. Jedes Jahr stinkt normale Grippe übrigens. Nicht SARS- oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe daran sterben. 6.000 Deutsche, jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztefusch. Wie viele sind das denn der schon mal? Jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztefusch. Das sind 44.000 Tote durch Ärztefusch. Das ist eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang, jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztefusch. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder? 44 Tote am Tag. Hören Sie mal, da muss ein alter Al-Qaida-Campfer langer Stricken. Das macht am Marburg gebunden in der Streikpause. 44 Tote am Tag. Das nennen die einen Bagdad-Bürgerkrieg. Wir nennen das Gesundheitswesen. Oh my days. I never looked at it that way. Oh my days. 44 Tote am Tag. Das nennen die einen Bagdad-Bürgerkrieg. Wir nennen das Gesundheitswesen. Aber da haben Sie keine Angst, dazu zu gehören. Wir haben Angst vor dem islamistischen Terrorismus. Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn sie noch so sinnlos sind, wir brauchen diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen die Videokameras auf den öffentlichen Bahnsteigen, auf den öffentlichen Plätzen, meine Damen und Herren. Man kann das doch alles absichern. Man kann alles für Videokameras überwachen. Man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern... Man kann nur was? Man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern monitorieren. Yo, ich brauche das komplette Video. Ich brauche das komplette Video von diesem Video. Dieser Mann hat die Bombe zerbrochen. Er ist einfach so gut, dass wir uns auf den Kopf haben. Er spricht von Faktor. Er spricht von Faktor. Ja, das ist die Dinge, die wir nicht verstehen. Ja, weil viele Leute nicht sehen, dass sie wirklich denken. Und so, weil wir nicht mehr Informationen bekommen. Aber das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. 44 Menschen ein Tag. Und das ist das sie an Terror in Baghdad. Und hier sie es um die Gesundheit. Und dann gibt es viele Menschen auf der Straße. Viele Menschen sind in einem Jahr, durch verschiedene Versuchungen. Aber sie sind nicht so glücklich. Aber sie sind so glücklich. Aber sie sagen sie, die Islamisten werden durch. Oh, die Leute sind so glücklich. Ja, sie sind so glücklich. Ja, sie sind so glücklich. Ja, sie sind so glücklich. Sie sind so glücklich. Ja, sie sind so glücklich, sie sind so glücklich. seine Sorte in gráfic Sachen. Das denkt sie selber. 醜. Diese Leute haben keine schwer F Gramm, Sie haben von Ru�sen? Louis launched auf den Tpr und listens! Ja,ые auf die Skalaetofelde. Er muss bild auf die Welt ein Video über kovid. Es gibt vielecession die ganze covid Gamm. Er muss dielındaine über kovid. Er muss nicht nur mit kovid, ihn über Ukraine. Er muss viel sistem an, ja. Ich bin einfach mal raus und sprich an die Fakt, von Ihrer Sicht. Ja, ja, ja. Anyways, ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat. Lasst uns wissen, dass ihr das in die Kommentare habt. Ich hoffe, dass ihr euch ein wenigstens. Woh! Entschuldigung, Vogelbissmus. Vogelbissmus.